Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh nein, ich habe die Schale kaputt gemacht. Macht nichts, die kleben wir. Das ist ja ein super Kleber. Ein super Mupidu-Kleber. Guck mal, was der noch kann. Und jetzt über Kopf. Hey, es klappt. Ah, nicht. Oh, ich klebe fest. Warte, ich helfe dir. Komm schon. Jetzt kleben wir beide. Hilfe! Danke, Togolino. Bitte schön. Hey, Togolino. Komm, hier noch. Und hopp. Super, Monty. Hui, hui. Wuhu. Nein. Du bist ja ein verrücktes Huhn. So. 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 Und fertig. Okay. Und hopp. Mupidu. So. Danke. Jetzt den. Und den Knoll. Und fertig. Und fertig. Achtung, es geht los. Lauf wie du. Hey. Ah, hey. Hm. Ah. Tada. Hm, lecker. Bäh. Der ist wohl faul. Ah, ich weiß was. Und fertig. Hey. Hm? Oh. Oh, neue Gummistiefel. Mit denen kann ich sogar auf den Händen laufen. Ha, ha, ha. Juhu. Ja, ha. Hey. Oh, gut. Hm, da, da, da. Das. Und fertig ist die Gemüse, Florina. Komm. Hi, hi, hi. Oh, eine kleine Raupe. Du sollst nicht nass werden. Bitte sehr. Hm, hm. Ah, die Sonne scheint. Super zum draußen spielen. Ja, nun, es regnet ja. Hm. Hä? Hat's schon wieder aufgehört? Ah, der Herr Schmetterling. Der Weg ist frei. Bitte schön. Hm? Das ist ja ein seltsamer Regen. Du musst doch mal sehen, wo der herkommt. Ach, du lässt es hier regnen. Ja, ich gieße die Blumen. Darf ich auch mal? Ja, bitte schön. Nanu, jetzt kommt ja gar kein Wasser mehr. Vielleicht ist ja der Schlauch abgegangen. Warte, ich schau mal. Brauchst du nichts. Was ist wieder da? Los, wirf, Florina. Okay. Ja. Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Aha. Das ist ja eine Schatzkarte. Tja. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Hm, das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Hm. Im Blumenbeet. Haha. Los, lass uns das sehen. Mhm. Und? Hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich hab eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm. Was steht denn drauf? Hä? Ein Huhn? Also bei den Hühnern. Ich kann keinen Schatz entdecken, Toccolino. Vielleicht müssen wir uns die Hühner mal genauer ansehen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich seh noch mal im Wohnwagen nach. Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Gok. Monty, bist du das? Oh. Wow, Schoko-Eier. Das ist aber ein leckerer Schatz. Danke für die tolle Überraschung, Monty-Huhn. Gok, gok. Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an. Viel Spaß und bis gleich. Dein Toccolino. Bis zum nächsten Mal.